S75 nach Wartenberg. S75, zurückbleiben bitte. S75, zurückbleiben bitte. Ausstieg links. Nächste Station, Lichtenberg. Übergang zur U-Bahn-Linie 5 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Nächste Station, Friedrichsfelde Ost. Übergang zur S-Bahn-Linie 5. Ausstieg links. Nächste Station, Springpfuhl. Übergang zur S-Bahn-Linie 7. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Gerenseestraße. Bitte benutzen Sie ab Raul-Wallenberg-Straße oder ab Hohenschönhausen die Buslinie 154 bis zur Haltestelle Klettwitzer Straße. Ausstieg links. Nächste Station, Ruhenschönhausen. Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Nächste Station, Wartenberg. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg rechts. S75, nach Warschauer Straße. S75, zurückbleiben bitte. Nächste Station, Hohenschönhausen. Übergang zum Regionalverkehr. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Gerenseestraße. Bitte benutzen Sie ab Hohenschönhausen die Buslinie 154 bis zur Haltestelle Klettwitzer Straße. Ausstieg links. Nächste Station, Springpfuhl. Übergang zur S-Bahnlinie 7. Ausstieg links. Nächste Station, Warschauer Straße. Übergang zur S-Bahnlinie 9 und zu den U-Bahnlinien 1 und 3. Zum Flughafen BER bitte hier umsteigen. Please change here for BER Airport. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg rechts.